Ein Ford Transit ist hier zum Verkauf angeboten. 7 Personen haben in diesem weißen 5 Thüringen Transporter Platz. Der Transporter bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP für Suffix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 155 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 8,0 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 32.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Köpler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Sprecher Standox Größte Bis zum nächsten Mal.